Thomas, es war eine hektische erste Woche für dich, deswegen noch einmal in aller Ruhe herzlich willkommen und Glück auf auf Schalke. Du hast gesagt, dass du schwierige Aufgaben magst. Deine Aufgabe hier ist mit Sicherheit alles andere als einfach. Was macht dennoch den Reiz für dich aus, hier auf Schalke zu sein? Zum einen hatte ich ja in dem Moment auch ein bisschen Zeit. Ich wurde von meinem letzten Arbeitgeber freigestellt und habe mir natürlich Gedanken gemacht, wie könnte deine Zukunft auch aussehen, um weiterhin Trainer sein zu können. Dann hat sich die Möglichkeit ergeben, mit Schalke den Kontakt aufzunehmen, dass leider Frank Kramer in Urlaub wurde, dass die Situation sich so ergeben hatte. Und dann habe ich gesagt, Mensch, was kann hier alles passieren? Es ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, es ist eine besondere Situation, aufgrund auch, wie stellt sich der Kader dar. Aber ich habe gesagt, schwere Situationen sind da, um zu meistern und in jeder Situation kann man wachsen. Und deswegen habe ich mich entschieden, diese Aufgabe anzugehen. Bist du Workaholic, sodass du es zu Hause auf der Couch dann auch nicht mehr ausgehalten hast? Ja, ich muss sagen, also das, was halt zu dem Zeitpunkt dann passiert ist, wenn du das erste Mal freigestellt wirst, ist auch eine besondere Situation, ist keine einfache Situation. Dann hast du ein paar Wochen gehabt für dich, als mal ein bisschen ein Resümee zu ziehen. Und danach geht aber so langsam wieder los, Mensch, eigentlich fehlt dir so, das tägliche, der grüne Rasen, mit einer Mannschaft zu arbeiten, eine Mannschaft vorzubereiten, eine Mannschaft zu unterstützen, um erfolgreich zu sein. Und deswegen war es Gott sei Dank noch eine kurze Zeit. Welche Erkenntnisse hast du denn in der ersten Woche vom Verein sammeln können? Du hast auch den einen oder anderen Mitarbeiter ja schon kennengelernt. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Verein. Das steht ja außer Frage, wenn man anhand der Mitgliederzahlen sieht, wenn man anhand sieht, was auf der Geschäftsstelle los ist, wie viele Mitarbeiter, in welchem Bereich, wie hier gearbeitet wird. Das ist natürlich schon sehr ungewöhnlich für mich, wenn man das halt nicht so kennt. Und ja, es war eine besondere Situation. Es waren natürlich auch ein, zwei Themen, die halt nicht so schön waren, die auch noch dazu kamen, wo ich im Vorfeld ja auch informiert war. Aber nichtsdestotrotz muss es ja dann immer weitergehen. Und ich bin froh, dass ich diese Chance hier bekommen habe und möchte dann mithelfen, um mehr Punkte zu sammeln, wie man im Moment hat. Wenn man dann sieht, wie groß dieser Verein ist, bekommt dann die Aufgabe nochmal eine andere Verantwortung? Ja, ich denke schon eine andere Verantwortung. Natürlich weiß ich, dass hier sehr viel Tradition ist. Es waren sehr viele Erfolge, die in der Vergangenheit passiert sind, wo Trainer da waren, wo Spieler da waren, die tollen Erfolge feiern durften, wo natürlich eine Riesen-Euphorie war, wo die Fans wie eine Eins in der Mannschaft standen. Und das muss ich sagen, das ist dieses Jahr auch in der schwierigen Situation der Fall. Das ist auch unheimlich wichtig, das ist auch unheimlich gut. Aber man darf natürlich nicht von der Vergangenheit leben. Wichtig ist, dass man leider im Moment das hier und jetzt akzeptiert, dass man sagt, man ist in einer schwierigen Situation. Die letzten Jahre waren halt einfach auch ein bisschen wechselhafter, so ein bisschen auf und ab. Und jetzt geht es darum, dass man irgendwann wieder eine Stabilität reinbekommt. Und wir wollen natürlich auch mit gutem Fußball, mit möglichst erfolgreichem Fußball dazu beitragen, um vielleicht den Verein irgendwann mal wieder ein bisschen in ruhigere Fahrwasser zu bringen. Du hast es schon angedeutet, wichtig ist auf dem Platz. Welchen Eindruck hast du von der Mannschaft in der ersten Woche bekommen? Ja, nachdem sie letztendlich die Nachricht bekommen haben, dass der Ruben auch aufhört, waren sie auch geschockt. Ist ja normal, wenn ein Mitarbeiter dann dementsprechend aufhört, der sehr nah bei der Mannschaft war. Aber sie haben sich dann relativ schnell auf mich eingelassen. Ich habe gesagt, ich muss der Mannschaft einfach ein bisschen Selbstvertrauen geben, ein bisschen Sicherheit geben. Wir müssen trainieren, wir müssen Abläufe trainieren. Weil je mehr du trainierst, je mehr die Abläufe klar sind, musst du dir eigentlich Sicherheit holen. Und ich habe ja auch gesagt, in den Zweikämpfen ist es unheimlich wichtig, da kann ich mir auch Sicherheit holen. Und da gilt es rigoros, Zweikämpfe zu bestreiten, zu gewinnen, um einfach dann mit einem positiven Gefühl das weitere Spiel zu gestalten. Und das ist immer so der Tenor, den ich versuche, der Mannschaft mitzugeben. Und wir müssen kleine Schritte gehen. Wir können jetzt nicht schon die riesengroßen Schritte erwarten, auch wenn es natürlich sehr viele wollen. Aber wichtig sind kleine Schritte und im Endeffekt ist es wichtig, was am Ende bei Ruben kommt. Du bist nicht alleine gekommen, du hast deinen Co-Trainer mitgebracht, Markus Gellhaus. Was zeichnet ihn für dich aus? Was macht ihn für dich so wertvoll? Ja, Markus ist ein absolut loyaler Mensch. Für mich eine sehr, sehr wichtige Person, wo ich 100 Prozent Vertrauen habe. Der weiß, wie ich ticke. Wir haben ähnliche, logischerweise, Spielauffassungen. Wir sind auch mal unterschiedlicher Meinung. Also nicht mal so, dass wir Freude strahlen, beide durch die Gegend laufen. Wir können auch sehr gut diskutieren und es gehört einfach dazu. Ja, weil durch Diskussionen entstehen neue Dinge, entstehen vielleicht neue Ideen. Und wichtig ist, wenn man aus der Tür rausgeht, habe ich absolut Vertrauen. Er ist auch so ein bisschen Bindeglied natürlich zur Mannschaft, weil es ist ja manchmal ein guter Cup, ein böser Cup. Und da ist es immer wichtig, dass man immer so versucht, zusammen den einzelnen Spieler in die richtige Richtung zu bringen. Und deswegen absolut das Wichtigste. Da muss ich nachfragen, wer ist denn der gute Cup und wer ist der böse Cup? Das ist im Wechsel immer. Ja, muss ja auch mal sein. Also klar ist, wenn Markus dann auch Übungen leitet, dass er, wenn er da nicht zufrieden ist, dass er natürlich auch mal dazwischengrätschen muss. Und dann kann ich als Trainer dann auch mal sagen, Mensch, versuche dann die Jungs auch ein bisschen aufzubauen. Oder wenn mal wirklich was Gravierendes war. Und so muss es dann auch sein. Also wir versuchen einfach nur, das Beste aus jedem Einzelnen rauszuholen. Und das ist auch die Art oder die Philosophie, die meine Wenigkeit als Trainer vorlebt oder zumindest so versucht, mit der Mannschaft umzugehen. Und da werde ich mich auch nicht verbiegen. Du kommst aus Wertheim. Das ist die nördlichste Stadt Baden-Württembergs, umgeben von Bayern. Wie würdest du die Zusammenarbeit mit dir selbst beschreiben? Bist du eher, sagen wir mal, das diplomatisch ruhige Fränkische oder du lebst schon auch lange im Ruhrgebiet, bist du eher so der geradeaus Ruri? Also wer mich näher kennt, ich glaube, ich habe einen Mischmasch von allem. Ich hatte dann auch mal in Hessen gewohnt, weil ich ja in der Jugend auch mal in Frankfurt gespielt habe. Ich war dann direkt in Stuttgart bei den Schwaben in der Jugend, war dann viel im Pott. Also ich habe schon einiges auch in den Bundesländern mitgemacht, wo natürlich jeweils eine andere Mentalität ist. Und deswegen ist es so ein Mischmasch. Und ich habe ja auch meinen eigenen Weg wegen nicht gegangen. Ich denke, dass ich sehr direkt bin, weil es ist mir unheimlich wichtig, dass die Spieler auch immer wissen, woran sie sind. Dass sie Parameter bekommen, woran sie arbeiten können, woran ich sie messen kann. Und ich denke, dass ich von allem drum so ein bisschen habe. Wie wichtig ist dir der Austausch, nicht nur mit Trainern, sondern auch mit Spielern? Nein, der ist unheimlich wichtig. Weil letztendlich kann ich alleine nicht bestehen und die Mannschaft kann alleine nicht bestehen. Die Mannschaft braucht jemanden, der was vorgibt. Und wichtig ist, dass die Mannschaft dir dann folgt, die den Plan, den jeder Trainer hat, versucht bestmöglichst umzusetzen. Und da ist der Austausch schon wichtig. Ich bin einer, der die Mannschaft immer mitnimmt, der sich Gedanken macht, der auch fragt, Mensch, wie ist das Befinden oder was habt ihr für eine Idee, um gemeinsam mal einfach Ziele an Zielen zu erarbeiten oder zumindest auch an Strategien zu erarbeiten, um die Ziele zu erreichen. Und ich muss trotzdem die Entscheidung treffen, was ich immer wieder mache. Aber da ist mir der Austausch schon sehr wichtig. Trotzdem, wie wichtig sind Spieler, die auch Verantwortung übernehmen wollen für eine Mannschaft? Ja, die sind unheimlich wichtig. Weil auf dem Platz musst du ja auch Verantwortung übernehmen. Ich als Trainer draußen übernehme Verantwortung, indem ich ja die Aufstellung mache. Letztendlich wirst du immer an Erfolg gemessen. Wenn das Spiel verloren geht, bist du als Trainer meistens der Erste, der hinterfragt wird. Und das ist so, habe ich gesagt, immer Augen auf bei der Berufswahl. Damit muss man dementsprechend dann auch leben. Aber wenn du Spieler auf dem Platz hast, die dann deine Sachen auch weitergeben, weil natürlich auch gerade hier in diesem Stadion oder überhaupt in dem Bundesliga-Stadion, wenn die mit zigtausenden von Menschen gefüllt sind, ist es natürlich auch schwer, jeden Einzelnen zu erreichen. Und da ist es dann schon gut, dass auch Führungsspieler in gewissen Situationen vorangehen, um dann vielleicht auch mal Tempo rauszunehmen aus dem Spiel, in gewissen Spielsituationen, in gewissen Spielphasen. Und das ist schon unheimlich wichtig, weil ohne Führungsspieler, die Erfahrung haben, ist es natürlich auch sehr, sehr schwer. Gerade in der aktuellen Phase läuft ja viel über den Kopf. Inwieweit achtest du im Training deswegen nicht nur auf die Präzision der Pässe, sondern auch auf so etwas wie Körpersprachung, Körperhaltung? Ja, das ist natürlich unheimlich wichtig, weil letztendlich Fehler passieren. Also man steht ja auch da unten, weil gewisse Dinge passiert sind. Und man kann ja nicht sagen, dass man zu Unrecht da unten steht. Das habe ich auch immer gesagt. Also wenn du irgendwann nach 34 Spieltagen abgerechnet wirst, dann kann es nicht sein, dass es irgendwas unglücklich war. Und das muss ja einfach in den Schädel rein, dass ich im Moment, jeder Einzelne selbst dafür verantwortlich ist und selbst dazu beitragen kann, dass man aus gewissen Situationen bestmöglichst rauskommt. Und der Kopf ist eine entscheidende Rolle. Und wenn ich dann, wenn mir was misslingt und ich vielleicht mal einen Fehler mache, in Anführungszeichen, oder mal am Tor vorbeischieße und den Kopf in den Sand geht oder der Kopf nach unten geht und ich aber dafür meine Position nicht zurücklaufe, dann haben wir ein Problem. Und wie gesagt, mir ist es lieber, hört sich auch mal blöd an, aber wenn einer sehr, sehr viel am Ball ist, sehr, sehr viele Bälle fordert, hat er auch das Recht, mehr Fehler zu machen wie einer, der halt vielleicht nur dreimal den Ball fordert. Und das ist so das Credo, was ich auch von der Mannschaft dann fordere und einfordere. Und natürlich würde es jedem leichter fallen, wenn ein paar Punkte mehr wären, dass auch die, ich sage mal, die Anspielstation würde noch mehr werden. Ein paar Punkte mehr wäre sicherlich sehr schön, wenn wir damit am Samstag gegen Werder Bremen anfangen würden. Mit Aufsteiger, aber die sind besser in die Spielzeit gekommen. Dennoch, worin siehst du unsere Chance am Samstag? Ja, indem wir die Woche über wieder so gearbeitet haben, um die Mannschaft bestmöglich auf Bremen vorzubereiten. Wir wissen, dass sie mit einer Euphorie die Spiele angehen, dass es eine Mannschaft ist, die auch kurz vor Schluss Spiele umbiegen kann. Sie konnten die Mannschaft ziemlich zusammenhalten und haben halt einfach die Punkte, auch in Spielen, die vielleicht auf Messerschneide standen, haben sie für sich entschieden. Aber das ist Fleiß, das ist harte Arbeit, die Bremen mit Ole Werner macht. Und wir müssen trotzdem auch schauen, dass wir uns mit harter Arbeit das Glück einfach erzwingen. Es ist manchmal nicht ganz einfach, manchmal auch unerklärbar. Aber ich sage, wenn du immer alles dafür tust, dann wirst du auch irgendwann dich belohnen. Und irgendwann, das hört sich mal blöd an, aber wir wollen natürlich uns am Samstag schon belohnen, weil wir wissen auch, jedes Spiel wird weniger. Aber dieses Jahr hast du halt einfach auch das Plus, dass das nochmal eine größere Pause ist, wo man dann auch nochmal, wo Spieler zurückkommen. Und daran wollen wir natürlich auch, daran haben wir auch sehr, sehr große Hoffnung, oder setzen sehr, sehr große Hoffnung. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch drei schwere Spiele, die wir auch bestmöglich gestalten wollen. Du hast schon gesagt, Spieler zurückkommen. Das Verletzungspech suhlt sich gerade schön beim FC Schalke 04. Am vergangenen Samstag hast du mit Julius Schell einen U-Spieler, der U19, mit in den Kader genommen. Ist das auch wieder eine Option für den kommenden Spieltag? Ja, man muss immer schauen, wie sich der Kader zusammensetzt. Ich bin jetzt froh, dass mit Dominik Drexler ein Spieler zurückgekommen ist, mit Jordan Larsson ist ein Spieler zurückgekommen, der leicht gekränkelt hatte, aber wieder voll im Training ist. Und da muss man immer wieder schauen, wie sich der Kader dann dementsprechend zusammensetzt. Aber man weiß auch, dass immer gute Spieler, gute Nachwuchsspieler in U23, in U19 beim Norbert immer wieder da sind. Und wir haben auch gesagt, das muss auch, denke ich, die Zukunft des Vereins sein, dass man immer wieder Spieler vielleicht aus den eigenen Reihen möglichst gut an die erste Mannschaft heranführen sollte und kann. Ist natürlich in der Situation, wo man sich jetzt befindet, alles ein bisschen schwieriger. Für mich natürlich als neuer Trainer erstmal die Aufgabe, den jetzigen Kader vorzubereiten. Aber das sind natürlich auch Zukunftsmodelle, die dann auch mit einfließen sollten. Bis zum nächsten Mal.